recht herzlich willkommen zur 85 folge oder was weiß ich weiß es jetzt gar nicht mehr aber nicht so wichtig ja recht herzlich dazu gekommen ich glaube es ist die 85 dann würde ich sagen haben wir letztes mal hier die öpfelbäume markiert genau so ist es und bieren auch und wir haben hier oben eine reihe gemacht die da gebaut werden soll da ist auch schon der erste stein habe ich letztes mal gesagt aber kein stein es ist ja holz der erste holzklotz ist da oben gesetzt worden für eine decke gut das haben wir gemacht ja die machen alle was hier war 29 das letzte mal ist es immer noch hat sich also nicht viel geändert erst mal ja müssen wir gucken dass voran geht weiter hier wird holz gefällt hier sieht alles relativ gut aus da ist noch platz da ist noch platz da ist noch platz das lager ist bombastisch voll in der küche liegt noch brot das heißt wir haben auch noch genug zu essen wir machen ja gerade noch mehr essen richtung bieren und äpfel sieht man hier wunderbar neun brote ist auch reichlich essen ist da gut dann müssen wir die happiness noch wieder hochkriegen das ist noch ein kleines problem zur zeit wir haben allerdings schon vier helden eigentlich spricht dafür warum als gefallen und zwei punkte ja hier hat man noch eine hecke gepflanzt damit es da ein bisschen schicker ist irgendwie ist das mit dem schick gerade nicht so und mit holz ist auch gerade nicht so oder wie ist es ja die sind alle hier wahrscheinlich im wald so da müssen wir ja die sitzen alle hier und pflanzen pflanzen ja genau pflanzen äpfel nein die ernten äpfel und hier werden auch die äpfel hingebracht auch sehr schön das ist doch schon mal was ne drei äpfel da ja wenn die aus den äpfeln dann apfel muss machen würden dann wird der apfel auch länger halten also der apfel muss der hält sich dann länger weil irgendwie verschwinden die äpfel ja so ne vielleicht sollte man doch apfel kuchen mehr produzieren oder sowas da müssen wir mal hier rein gehen ne da nicht hier rein gehen und schauen dass wir da die produktion für äpfel oder apfel nicht sondern dem was apfel enthält so wie ein apple pie müssten wir mal nicht da sondern da machen machen wir den mal auf fünf und die birne auch da weglassen so und dann müssen wir mal gucken ob das auch was wird tendenziell würde ich jetzt sagen hier ein bisschen weniger sondern auf vier brote drei brote ist das nächste nach werden denn äpfel gemacht das ist ja oder apfelkuchen beziehungsweise wird er dann gemacht das ist die frage besser wäre es wohl happiness 24 fällt noch weiter runter ist also nicht so der prickelnde ding kommen aber gerade von der ernte wieder und was haben wir jetzt hier gemacht da haben wir gerade mehr ausgeholt da ist mehr drinnen und da einer holt es wieder raus und macht was raus hier hier back der was oder und der holt jetzt ein apfel will ich hoffen dann macht der apfelkuchen oder einen bierenkuchen je nachdem das macht er auch das ist doch cool oder die müssen wir hier auf der erde liegen sehen dann auch mal zwischendurch jetzt wird da oben gebacken da auch das warme brot und da müssten apfelkuchen rauskommen oder bierner bierner ist es okay ja ist lukrativer dann 25 von 48 ist nicht so der bringer aber wird es ja noch er packt da auch was und auch nach bierenkuchen packten hier rein ein ja da wurde der apfelkuchen genommen und wird gegessen das ist auch gut so da holt sich gerade ein helden brot dann wird schon das nächste brot wieder gebacken ja okay wie sieht es aus zwei brote nur dafür 192 bieren 128 äpfel ein apfelkuchen ein bierenkuchen weil er gerade kurz ist aber schon wieder weg ja gut vielleicht wird es ja besser oder es ist holzproduktion auf jeden fall zugange hier ist hat sich was verändert ja das können wir hier mal weg machen und da aufmachen und mauern wieder hin dann nehmen wir mal den hier weil ich sehe wir können ja auch so zu machen das war die falsche taste schade die steuerungstaste gedrückt anstatt die shift taste deswegen hat das auch nicht gewirkt ja kann man zu machen hat überall an gut ja da ist schon ziemlich toll dann würde ich sagen machen wir hier mal weiter wenn wir das so machen man kann ja hinten rum auf jeden fall da drauf ja geht da geht's auch da geht's auch und da müssen wir dann überlegen dass wir das erstmal nicht machen weil wir nicht wissen wie wir da hinkommen gut aber hier können wir hier können wir bis dahin auch zuziehen die decke machen sozusagen hier dann auch und da können wir auch so machen dann ist der raum komplett gebaut also nicht gebaut aber rundherum zugemacht so das läuft wie sieht es mit happiness aus steigt zurzeit auf 27 werden eben glaube 24 niedrig ich weiß nicht wie weit wir gehen müssen da unten ist ein gang ich mache es einfach mal bis da erst gut gut hier ist ein bisschen schwer zu sehen aber ich glaube hier ist es eigentlich so richtig die band zu machen dann müssen wir mal gucken könnte sein dass es so passt und happiness 27 passt noch der ist auch gemacht da fehlt noch was die beiden müssen wir da noch hinsetzen gut ist da richtig da ist schon richtig das ist da hat den haben wir freigelassen damit man hoch krabbeln kann aber wenn wir hier jetzt noch was setzen das können wir machen oder so machen wir erst mal so und dann können wir ihn übergang machen und dann sollte man hier hoch können und überall hin ja läuft ich finde es ist jetzt auch 26 war eben 27 also nicht so dolle hier müssen wir mal noch licht machen denke ich können wir mal einstellen dass das klappt deko kerze kerze 1 2 3 achso ok ich würde sagen wir stellen einfach mal da eine hin und dann stellen wir noch da eine hin und da eine hin und da eine hin und da eine hin und dann geht das da besser ausgeleuchtet oder kann das sein ja 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 mal gucken mal gucken mal gucken machen wir da auch noch eine gerade hin und da auch passt wird auch ausgeleuchtet ja hier müsste man überlegen was man da macht da haben wir ja schon ein paar kerzen stehen vielleicht kramen da was weg einmal hier weiter machen wir mal gerade sonnen und umschlag machen das da weg da kommt der händler schon so händler wird da sein dass uns mal gerade gucken was er bringt und jetzt essen dabei wird uns das abnehmen alles 25 bieren geben wir mit die können wir eigentlich auch mit geben kommen auch mal alles weg da können wir dann schauen dass wir etwas bekommen was wir vielleicht hier gar nicht haben oder schwierig haben das zum Beispiel, das zum Beispiel, das, Kaktussuppe, dann nehmen wir das Spiegelein noch dabei, macht da, nehmen wir, fertig. So, dann sollen die dem was bringen. Pause raus, einen Schritt schneller, läuft. Ja, ich glaube, man hat da schon gerade was geholt und bastelt da was raus wahrscheinlich. Oder ist es direkt auf, kann auch sein. Keine Ahnung, was der da gerade ist. Aber funktioniert. Gut. Äpfel werden hier geholt, das ist ja alles prima, hat man ja gesagt. Kriegt der Händler, denke ich mal, oder? Nee, kriegt er nicht. Wir bauen da gerade Äpfelkuchen raus oder sowas. Aber ist egal, der kriegt schon seine Ware. Können wir ja gerade reingucken. 23.12.5, alles gut, läuft. Äh, ja. Wollen wir mal weitergucken. Hier oben sind wir am Bauen. Das läuft, da läuft's. Das war schon das, was wir zuletzt gemacht haben, wird wieder als erstes gemacht, auch gut. Ja, Steine sind ein paar da, könnten aber mehr sein. Müssen wir einmal in den Keller gehen und überlegen, was wir wo abbauen. Da hab ich schon durchgezogen, da auch. Da ist der Fluss, da können wir nix weiter basteln. Da haben wir schon überall. Äh, da ist noch nicht, da können wir noch mal was arbeiten. Äh, machen wir so, ne? Sieht gut aus. Da müssen wir dann noch ein paar Kerzen aufstellen, können wir auch machen. Da liegt jetzt ein Stein. So, 1, 2, 3, dahin. Ah, hätte ich vielleicht mal... Dahin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dahin. Mal gucken, ob da zwei Kerzen dann hinkommen. Ich hätte mal die Chip-Taste drücken sollen, ne? Da liegt ein Stein, der muss weg. Und ich glaube, da muss er hin. Gucken wir mal, ob das geht. 1, 2, 3, dahin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dahin. 1, 2, 3. Ah, lass erst mal da stellen und dann gucken wir weiter. Irgendwie sieht's nach Pause aus. Lass mal gerade hier gucken. Der kriegt nur 8 Bier. Gehen wir von Ehrenangriff dann aus. Ne, nicht. Ah, die Kuh bewegt sich doch. Alles klar. Oder was es auch immer ist. Ein Bulle. Gut. Okay. Der läuft auch ganz langsam bis zum Burner. Hier passiert nicht ganz so viel. Gut auch gegessen und geholzt. Alles prima. Gut. Ja. Soweit läuft's eigentlich. Was sagt die Happiness? Die läuft gerade nicht. Das ist ein bisschen schlecht. Dann müssen wir gucken, dass das wieder besser wird. Und mal hoffen, dass wir das hinkriegen. Ist gerade wieder mal so, dass es recht schlecht läuft. Müssen wir uns drum kümmern, dass es besser wird. Für die Folge würde ich sagen, reicht's aber erstmal wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020